Kamera ist an! Los jetzt! Auf die Winner! Hi Leute! So, in diesem Video wollen wir uns heute mal angucken, die besten Topseller der letzten Woche. Die werden wir mal ein bisschen analysieren und ich werde euch mal da so ein paar Tipps geben, worauf ihr mal achten könnt, wenn ihr selber Designs erstellt, welche Techniken ihr da eventuell für eure Designs verwenden könnt und worauf ihr eventuell so ein bisschen achten sollt. Also los geht's, ab ins Video! Das Programm, was wir hier benutzen, ist der Merge Report. Da haben wir die verschiedenen Möglichkeiten, hier natürlich Research zu machen und unter anderem auch Bestseller. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Code dazu steht auch gleich daneben. Da kriegst du noch ein bisschen Rabatt. Ist ein Affiliate-Link, muss ich dazu sagen. Und ja, da kriege ich halt eine kleine Provision und ihr kriegt das Ding günstiger. Win-Win für beide. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Gut, also gucken wir uns die Designs mal an. Wir haben als allererstes hier Schlafshirt, Pyjama, Schlafanzug, Nachthemd, Foultier und so weiter. Und das Ganze mit einem Design ist natürlich ein wahnsinnig cleveres Listing, weil mit diesen Begriffen einfach mal sehr, sehr viele Dinge halt verkauft werden. Also jetzt Nachthemd, da gibt es natürlich jeder, der ein Nachthemd sucht. In dem Sinne, da gibt es ja verschiedene Arten von Nachthemden. Was gefällt dir? Hier wurde das natürlich jetzt mit einem Motiv bedruckt, was sehr passend ist. Einfach für die Nische schlafen. Mein Gott, heute haben wir es aber. Und was wir jetzt hier auch zusätzlich sehen, du siehst auch von der Schriftart, ist es hier nichts Experimentelles. Also wirklich sehr, sehr schlicht gehalten. Und das ist wirklich, das Ding lebt hier von seinem Listing. Da wird es weniger um das Design gehen. Es sieht wirklich gut aus. Es ist gut gestaltet, halt schlicht. Einfach nur ein Text. Nicht groß irgendwelche Effekte. Nicht riesendünn geschrieben oder irgendwie, also nicht dünn geschrieben oder so eine Sache. Und halt hier ein relativ, ja, kinderfreundliches, was man aber auch zum Teil auch schon bei Älteren irgendwie anziehen könnte. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding. Denn natürlich hier die Zockergeschichten, gut, dünner. Die Schrift ist hier dünner halt, weil entsprechend auch mehr draufsteht. Also richtig optimal. Ich meine, gut, das ist jetzt wieder so eine Trendsache halt. Da müsste man jetzt auch gucken. Denn es gibt nämlich eine Sache, die musst du da ganz wichtig bei diesen Bestsellern der Woche beachten. Du hast jetzt hier nicht nur organische Sachen drin, sondern auch welche, die beworben sind. Andere, die haben zum Beispiel Promotionen bekommen durch irgendwelche Influencer und Co. Da gibt es ja auch welche. Also wenn wir jetzt hier an Shane Dawson, Sean Dawson da immer noch so denken. Der hatte ja auch immer sein Pickshirt da drin. Und das Ding wurde ja auch gelistet entsprechend, weil das halt durch YouTube Traffic bekommen hat und nicht durch ein sehr, sehr gutes Listing. Also gucken wir mal hier weiter. Ich kann dich nicht hören. Ich zocke. Wirklich klassisches Gamer-Klischee. Hier auch wieder. Ich höre dich nicht. Ich zocke. Na, welche Designart könntest du wohl wahrscheinlich machen in nächster Zeit? Kannst du dir fast denken, so in dem Sinne. Gaming ist halt einfach jetzt wirklich auch für die Jahreszeit ziemlich passend wieder. Jetzt sind die Leute mehr zu Hause. Auch jetzt durch diese ganze Krise, was wir alles haben, da ist man ja auch ein bisschen nach Hause gezwungen. Und die Leute, die jetzt Cyberpunk auf PS4 haben, gucken jetzt gerade in die Röhre. Dazu gehöre ich auch. Und ich habe mir sogar die Special Edition geholt. Ja, sie haben es versaut. Was soll man sagen? Aber es bleibt einem nichts anderes übrig. Zur Not haben wir ja noch Call of Duty. So, dann haben wir wieder hier ein Dubbing-Design. Ich sage es euch ja immer wieder. Trotzdem machen es die wenigsten Leute. Eine ziemlich coole Zusammenstellung. Hier wird jeder bedient, egal was er sucht. Also von Weihnachtsmann bis Elfe, genau, Rentier, Zeug, Schneemann und Dings, so nach dem Motto. Und wieder der Klassiker zu dem, was jetzt kommt. Also wieder die Festtage plus halt diese Dubbing-Trend. Und damit hast du wieder eine ziemlich gute Kombination. Ist auch sehr, sehr hochwertig hergestellt. Also die einzelnen Vektoren. Wir können uns das Ding ja mal einzeln angucken. Ja, das ist schon wirklich, wenn du dir das hier anguckst, das ist schon wirklich richtig heftig gemacht. Also da ist die Frage, wo er es her hat. Ob er es halt entsprechend einzeln Designen hat, glaube ich jetzt nicht. Eventuell ist das halt eine Zusammenstellung, wo der Aufträge gegeben hatte. Mal mir mal einen Santa, mal mir mal einen Lebkuchenmann und so weiter. Und dann hat er einfach die Sachen hier zusammen kopiert. Eine Lichterkette drumherum gemacht. Und zack, schon hast du das Ganze zusammen. Da weiß man noch nicht mal, ist das jetzt eine Lichterkette wirklich von Weihnachten. Oder ist sie denn halt vom Geburtstag oder so eine Sache. Um es mal so ganz vorsichtig zu sehen, zu sagen. Aber du siehst, sowas funktioniert halt auch. Und das Ding liegt daran, weil es hier auch wirklich mit Qualität halt zu tun hat. Also wenn du dir das Ding halt anguckst, es sieht halt wirklich gut aus. Da ist nicht keine Schnellzeichnung an so einem Weihnachtsmann. Da hat einer locker mal so einen Tag lang oder anderthalb halt dran gesessen. Ja, wieder der Klassiker. Diese normalen Shirts, wo ich euch auch schon ein paar Mal gesagt habe, wo ihr immer drauf achten sollt, wenn ihr durch die Einkaufszentren oder durch so ein Einkaufszenter geht. Da gibt es ja überall diese Stände von Nanuna nach bis sonst was. Und da gibt es halt immer diese Shirts, was ihr jetzt gerade hier seht, Things I Hate und dann entsprechend die typischen Klischees. Da könnte man jetzt auch andere Klischees mal einsetzen, wenn ihr jetzt mal neue Sachen halt kreieren wollt. Und nicht jetzt immer nur irgendwie, oh, ich mache jetzt mal am besten genau das, was der andere auch gemacht hat. Und wenn das dann 10.000 Leute machen, dann kommt halt nur 10.000 mal das Gleiche raus, aber nur eins wird gelistet. Also dementsprechend hier vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, was kannst du vielleicht selber machen? Was sind Klischees, die dich irgendwo so auf der Straße stören und so weiter? Achso, WLAN haben wir ja hier auch dabei in dem Sinne. Da könnte man auf ganz andere Weisen halt gehen gehen. Zum Beispiel die, die nur aufs Handy gucken, die Smombies und so weiter, wäre auch wieder eine Idee. Die Pose kennen wir jetzt mittlerweile. Also brauche ich jetzt mittlerweile einfach jetzt. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Also wer es jetzt bis jetzt noch nicht gerafft hat, der hat halt Pech gehabt. Aber was wir halt hier jetzt auch oder was hier besonders stark jetzt aufhält bei den Designs, die wir bis jetzt halt angeguckt haben, die sind qualitativ sehr, sehr hochwertig geworden. Da hat sich ein bisschen was getan. Also wenn wir jetzt hier diesen Weihnachtsmann angucken oder das Rentier, dann müsst ihr einfach mal auf die Schatteneffekte hier ein bisschen achten. Das sieht man gleich bei so einem, ups, zum Beispiel hier sowas, dass du hier wirklich diese einzelnen, diese Glanzeffekte hast. Hier noch diese kleinen Körnchen. Und das ist wirklich das, was so Designs nochmal ein bisschen qualitativ abhebt. Weil wenn ihr sowas zeichnet, zum Beispiel wenn du hier nur die Kapuze oder wenn du hier nur die Mütze halt hier anguckst, dann siehst du hier nur so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 graue Flächen hat der einfach nur da mit drin. Und damit sieht es schon viel plastischer einfach mal aus. Und das ist vom Arbeitsaufwand klar, es ist immer noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel hier hat er den Schatteneffekt gemacht. Und dann hat er danach gesagt, ach okay, jetzt machen wir nochmal hier klar diesen weißen Außenrand. Aber dann hat er hier noch diesen Punkt gesetzt oder hier diesen Strich noch reingezogen. Und das sind diese kleinen Sachen, wo man sagt, ich gehe noch ein bisschen in die Extrameile. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Und damit kriegst du halt diese Qualität einfach hin. Indem du wirklich sagst, okay, ich mache hier nicht nur einen so einen Lichteffekt rein, sondern hier ist noch einer, hier ist noch was. Und dann hier ist noch auf der anderen Seite. Also zum Beispiel hier sind 1, 2, 3, 4, 5 und eventuell 6, wenn das hier nicht ein Teil ist. Also 5 bis 6 Lichteffekte hat er allein in einem Glas drin. Und ziemlich wirklich also qualitativmäßig geil gemacht. Hier gibt es natürlich wieder diese Computer-Variante. Ups. Die ist so ein bisschen einfacher gezeichnet oder ein bisschen schneller gemacht. Da hat aber einer, guck mal, achtet mal drauf, das ist ja lustig. Achtet mal drauf, hier unten das. Das könnte man fast sagen, das sieht so aus, als wenn hier jemand das Ding fertig irgendwo gekauft hat. Dann wollte er hier nur das Oberteil benutzen, wollte das löschen, weil jeder, der einen Illustrator hat, der kennt das. Wenn ihr nämlich so ein bisschen komisch gestaltet in Sachen habt und da die Punkte löscht, dann bleibt nämlich noch meistens so ein X halt übrig. Und das ist genau das, was er hier nicht hingekriegt hat. Da hätte er das Kapitel aus meinem Kurs gucken müssen, und zwar Vektoren ausbessern oder Fehler ausbessern. Damit hätte er den Trick wieder hingekriegt, dann hättest du wieder eine glatte Sache gemacht. Also wenn du das hier sehen hast, reingucken in den Kurs, da kriegst du es auf t-shirt-frank.de, da siehst du unten, wie du den glatt machst. Aber da du hier oben bist, kurze Unterbrechung, wenn es dir bis hierhin gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen dalassen und natürlich auch ein Abo und die Glocke aktivieren, dass du hier keine weiteren Tipps verpasst. Letzte Woche habe ich es nicht ganz so geschafft, meine Projekte zu starten, oder besser gesagt gar nicht geschafft, weil so viel schiefgegangen ist, dass ich jetzt das Ganze nochmal verschieben musste. Deswegen habt ihr es jetzt mitgekriegt, dass die Videos halt einmal nicht rauskamen. Denn aber ab nächste Woche geht es endlich los. Warum? Weshalb? Wieso? Weil da ganz viel kommt. Das werdet ihr dann halt sehen. Und bevor es jetzt weitergeht, da noch einmal ein Follow dalassen, natürlich bei Instagram, denn da verpasste nehme ich demnächst jetzt auch nichts. Denn ab nächste Woche, da gibt es nämlich was zu sehen, wenn ich das Ganze wirklich schon filmen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit noch ein bisschen warte, das zu zeigen, aber das kommt dann bei der Brand spätestens. Gut, weiter geht's. Dann gucken wir mal weiter. Also wieder auch, also es ist wirklich ein schönes Design. Also weiter wirklich, das muss man hier wirklich nochmal sagen. Also gucken wir uns nochmal hier an. Finde ich voll geil. Sieht top aus. Also auch das Auge, wenn ihr euch mal das Auge anguckt, also wirklich schön gemacht. Also geil. Auch wenn es das war, tausendprozentig ein Fertigvektor. Den hat er nicht gezeichnet. Aber hier siehst du auch wieder diesen, ich zocke. Das ist halt wirklich ziemlich simpel halt gemalt. Da könnte man wieder sagen, High Quality Vector. Wir haben ja schon oben einen drin, wie uns aufgefallen ist. Wo habe ich den gesehen? Da. Wollte ich das sagen. Wieder den hier. Den hatten wir ja auch schon. Wollte ich gerade sagen, den hatte ich auch schon in Auftrag gegeben. Ja, da hatten wir auch, habe ich auch schon mal, war ich auch schon mal dran. Nur noch eine Kurve. Hiking, Wandern. Gut, jeder, der in der Wandernische so ein Ding könnte, um wirklich schnell zu machen, das ist ein Streifen. Einfach mal hier eins, zwei, drei, vier Textfelder und einen kleinen Mini Vector dabei. Das ist halt ziemlich easy. Wandern übrigens auch eine sehr, sehr gute Nische. Oder was heißt nicht sehr, sehr gut, aber schon eine gute Nische. Und einer von uns beiden ist klüger als du T-Shirt. So, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, was oft so ein kleines Missverständnis ist. Der ist jetzt hier positioniert. Heißt aber nicht, dass diese lustige Sprüchesachen so mega gut sind. Weil diese lustigen Sprüchegeschichten haben einen riesen Nachteil. Du musst exakt diesen Spruch machen, den die Leute halt suchen. Und wenn du den nicht triffst, dann ist halt versaut. Weil dann, ja, du musst halt wirklich exakt die fünf Sprüche machen, die wirklich ziehen. Und es gibt Millionen von Sprüchen, was man machen könnte. Und da wirklich den einen halt rauszupicken. Mir ist es zu heiß an diesen Sachen halt, weil einfach die Chance viel zu gering ist, dass du da halt irgendwie irgendwo einmal durchkriegst in dem Sinne. Wenn du einen durchkriegst, wunderbar. Da wirst du es, das hört sich jetzt irgendwie falsch an, wenn du einen durchkriegst. Aber du weißt, was ich meine. Das ist auf jeden Fall, es geht schnell zu machen, ganz klar. Wer Bock drauf hat, soll es machen. Ich halte nicht ganz so viel davon, weil es halt einfach zu speziell ist. Also für mich. Was ich halt rausgefunden habe, sind immer die Sachen, die wirklich für umso mehr Leute es gilt, umso einfacher ist es, das Ding zu verkaufen. Beispiel der Schlafanzug ganz oben auf eins kann die Hälfte der Leute tragen. Männlein, Weiblein. Es ist nicht eingeschränkt. Und bei dem Ding sieht es wieder anders aus. So, Bergsteiger wandern ist klar. Auch wieder so ein bisschen hier mit Highlights gesetzt, so wie wir es ja auch so ein bisschen in Kursen gelernt haben. Wandern mit dem Pfeil. Gut, da hat er noch ein bisschen Deko gemacht. Das kann nicht schaden. Aber wir sehen hier auch wieder von den Schriftarten nicht hier so viel experimentieren. Weil die meisten von euch, die machen immer so eine Ultra. Ja, ich will was machen, um mir hier irgendeine neue Schriftart runterzuladen. Denn ist es ja cooler. Also gehe ich auf Davont und gucke dann mich da so ein bisschen um. Also Davont.com, da kriegst du Schriftarten her. Heißt aber nicht immer, dass es immer besser ist. Weil dann ist es wieder zu... Der Geschmack muss halt passen. Und simpler mag das Gehirn mehr. Einfach im Vorbeigehen lesen können ist einfacher, als halt erst mal gucken müssen und sich da überlegen. Also wir sehen hier... Mensch, was haben wir damit ausgelöst? Hör dich nicht, ich zocke. Wieder zwei davon. Also Trend, Design, hoch 10. Mir egal, ich gehe zocken und so weiter. Ist klar. Algebra, Mathe. Welchen Teil? Gut, das Ding ist wirklich witzig. Da habe ich heute auch so eins auf einer Tischplatte gesehen. Welchen Teil von... Verstehst du nicht? Was hat denn da? Ich merke gerade, wie lange meine Uni her ist. Also es sagt mir noch was. Also es sagt mir noch was mit Cosinus Alpha und Sinus Alpha. Ich komme aber einfach nicht drauf, was es ist. Wer es weiß, der schreibt es mal in die Kommentare. Es ist nicht die Lösung, sondern entsprechend, was das für eine Rechnung ist. So, dann hier wieder ein Hardbeat-Design. Schwierig, weil einfach voll zu überlaufen. Davon gibt es wahrscheinlich hunderttausender Landwirte. Ist auch gar nicht schlecht, die Nische. Also ich würde sie eher so Schulnoten bis eine vier bis fünf. Also du machst schon Sales, aber halt nicht so extrem. Und das ist halt, ja, Traktor, Herzschlag, Bauer. Aber, ja, das kommt hin. Dann haben wir wieder, also Radfahrer, Größe an Dirk Kreuter. Lustiger Radfahrer, Spruch, warum ich ohne Akku fahre, T-Shirt. Ach so, ja, weil ich es kann. Ja gut, okay, da ist wieder so dieses Klischees. Das hast du auch genauso, wie wenn du irgendwo in Autogruppen gehst. Dann siehst du zum Beispiel, einfach mal reingehen, Ford Mustang-Gruppe. Und dann seht ihr mal zum Beispiel zwischen den großen V8-Motoren und den kleinen Motoren, was da für ein Krieg herrscht. Genauso wird das wahrscheinlich hier so auch in der Fahrrad-Szene halt sein, die E-Bikes oder so. Ich bin ja eher Kategorie E-Board-Listing. Kann man sich auch mal angucken, ob er es darüber gemacht hat. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Egal, ob Rentner, Frau, Mann, ein Drahtesel. Also der wird es definitiv irgendwie geboostet haben mit irgendwas. Weil er hat einfach vom Listing her, hat er hier nicht sehr viele extrem, also vom Listing her hat er relativ wenig Keywords drin. Wenn du jetzt guckst, egal ob Rentner, Mann, Frau, Blababla, das ist eh sowieso immer drin. So Drahtesel, erste Wort. Eigenen nennen, verstehen, Respekt. Schöne Radtour. Dann haben wir noch Radtour, Bergen. Also es sind sehr, sehr wenig Keywords an der Stelle halt drin. Also der wird das hier definitiv gepusht haben. Das ist genau das, was ich halt vorhin gesagt habe. Gut, hier wieder der Lebkuchenmann. Ich meine, was willst du machen? Wenn du jetzt zu Weihnachten irgendwo denn den Leguan machst, ja, jetzt ist er wieder da, der Leguan. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Das bringt nichts. Da machst du halt wirklich den Weihnachtsmann, Schneemann, Lebkuchenmann. Und ja, ich könnte mal eine Lebkuchenfrau machen, ne? Ja, also bei dem Design, mit dem Katzendesign, da ist auch wieder der Vektor mal so ein bisschen anders, mal was Neueres, was man noch nicht so häufig gesehen hat. Und auch die Schriftart passt einfach perfekt zu dem Vektor, so ein bisschen dieses Gekräuselte. Du siehst nämlich jetzt, wenn du mal darauf achtest, der weißen Rand hier am Gesicht einfach mal. An der linken Hälfte des Gesichts, also zum Beispiel hier an dieser Ecke, da siehst du, dass es so ein bisschen dieses Aufgeraute ist. Und genauso ist halt auch die Schrift gemacht, dass es halt wieder ein System ist. Das ist einfach, das passt halt einfach zusammen. Und wenn du jetzt hier eine ganz harte Schrift genommen hättest, irgendwas mit der glatten Sache, das hätte wieder gar nicht gepasst vom Optischen. Deswegen da mal darauf achten wirklich, dass hier halt Vektor und Schriftart auch so ein bisschen aufeinander passt. So, denn hier den Klassiker wieder, man kennt es ja, die ganzen Geschichten hier mit den Bannern. Wir haben wieder, wie wir es auf dem Kurs lernen, oben und unten ein Banner, was man flippt. Also was du dann einfach quasi Copy and Paste, kopieren, einfügen und dann einmal auf Transformieren und um, jetzt weiß ich mal nicht, horizontal oder vertikal, eins von vertikal, glaube ich, spiegeln und dann hast du es halt. So, Schriftart auch wieder simpel. Gar nicht groß viel rumprobieren, sondern wirklich eher simpel zum Lesen. Früher waren es so, man hatte halt verschiedene Schriftarten, dann ging es schon so auf drei Schriftarten, zwei Schriftarten. Jetzt wird es halt immer simpler. Macht mir ein bisschen Sorgen an dieser Stelle. Wonder Woman, Wanda Woman, ja. So, jetzt ist wieder die Frage, Wanda Woman, ist das schon ein Copyright? Es hat ja nichts mit Wanda Woman, Warner Brothers in dem Sinne zu tun. Sowas könnt ihr natürlich halt machen. Da ist nichts, wenn das jetzt nicht geschützt ist, müsste man jetzt mal nachgucken im DPMA, dann kannst du sowas halt machen. Ist halt auch ein bisschen wieder hier mit einem kleinen Highlight gesetzt. Hätte man, eventuell, müsste man mal ausprobieren am Farbregler so ein bisschen. Das ist auch so ein schöner Trick, was du machen kannst, wenn du halt ein Design erstellt hast, dass du ein Objekt halt rausnimmst und dann am Farbregler einfach mal entweder Affinity Designer am Rad halt ein bisschen drehst, in dem Sinn, und mal guckst, wo sieht der Farbeffekt am besten aus. Herrenproblemlösung, hier ist wieder fast das Gleiche. Also hier hatte einer die Idee, okay, jetzt nehmen wir mal nicht die Matheformel, jetzt nehmen wir mal irgendwie sowas anderes. Da würde mir gleich wieder einfallen, jetzt könntest du für einen Physiker machen, die ganzen Geschichten mit den Widerständen. Wie viel Widerstand und sowas hast du? Das wäre jetzt auch wieder eine Sache. Da gibt es auch ganz coole Shirts davon. Home Wohnmobil, Stellplatz, Home is where the Stellplatz is. Okay. K-Pop, K-Pop hatten wir ja schon mal letzten, ich glaube, das war auch letzten Winter kam das nämlich auch immer. Ich weiß nicht, warum das immer im Winter kommt. Da können wir auch nochmal so ein bisschen halt gucken. Hier auch wieder so ein bisschen diese, diese, ja, Zeichenstil, diese, ich nenne das immer so Instagram-Schrift, so ein bisschen. Den, muss ich mal überlegen. Das war mein Bauch. Frenkie hat wieder Hunger. Hier wieder eine schöne Sache für einfach was wiederverwendet. Da wurde nämlich erst der Panda gezeichnet und wenn du darauf achtest, dann siehst du halt, dass der Kopfhörer, der ist dann nochmal zusätzlich gezeichnet und einfach raufgesetzt. Hat er vergessen den? Ne, den hat er nicht vergessen. Okay. Und das ist halt auch eine ziemlich coole Sache für Wiederverwenden. Wenn du schon Sachen hast, überleg dir auch, wie kannst du sie eventuell wieder benutzen. Wenn du irgendwo, du hast jetzt ein Panda gezeichnet, du hast jetzt ein Pferd gezeichnet oder was, wie kannst du ein Weihnachtsdesign draus machen? Mütze drauf. So, hier Apocalypse nach dem Motto, das ist auch klar. Das könnte man jetzt fast schon mit Masken, Desinfektionsmittel und ich habe nichts gesagt. So, das bitte rauskacken. Das will ich selber machen. Ja gut, jetzt wieder zwei, jetzt gut wieder jetzt zwei Klassiker. Wir haben hier einmal das Foultier, den Namen werde ich mir nie merken können von diesem Vieh. Sloth und da wieder auch simple Schriftart. Gut, jetzt hier ist es so eine Mischung. Also ob das jetzt wirklich High Quality ist, würde ich jetzt mal bezweifeln. Das sieht eher nach Upwork aus, als ohne da was Schlimm zu sagen oder so. Gut, hier wieder die Sache mit dem Retro. Und das ist halt auch immer ein cooles Mittel, weil auch die Print-on-Demand-Shirts dementsprechend auch so ein bisschen vom Druck meistens nicht so perfekt sind wie irgendwie normale Markenshirts. Und da ist halt Retro auch immer ganz cool. Jetzt hat er es nur hier vergessen, den Vektor, wenn man darauf achtet, so ein bisschen bei den Augen. Da hätte man jetzt auch noch was machen können. Aber das ist auch so ein bisschen mehr Effekt, dass es halt ein bisschen rauskommt. Auch ganz coole Möglichkeit. Gut, den kennen wir, glaube ich. Der müsste von Pixabay sein, wenn es mich nicht... Ich glaube, der ist von Pixabay. Von Pixabay oder Freepig. Eins von beiden ist das Ding. Ja gut, da hat er halt hochgeladen. Also ich bin der Meinung, dass er von Pixabay oder Freepig ist. Wenn einer das Portal kennt, einfach mal runterschreiben. Rudolf, rote Nase, Weihnachten, X-Mas, Feiern. Ja gut, das Feiern hätte man fast nur weglassen können. Dann wäre er noch ein bisschen besser wahrscheinlich geworden. Weihnachtsmotiv, süß gesehen. Ja, da siehst du schon hier, ist schon ein bisschen mehr Keywords halt drin. Ja, hier wird er auch schwächer wieder beim zweiten. Gut, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die 50 besten Designs der letzten Woche. Ich hoffe, dir hat das Ganze halt gefallen. Lass mir gerne hier auch einen Daumen und natürlich ein Abo da, wenn du diesen Kanal ein bisschen weiter nach vorne pushen willst. Dann wie immer viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und natürlich wie immer gute Verkäufe. Bis zum nächsten mal. Da, da, da. Bis zum nächsten Mal.